So, hei, ist das ein schöner Tag. Ich bin Mr. Bean und das ist mein Auto hier. Hei, hei, hei. Sind wir es ein bisschen am Geniessen? Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Au, mein schönes Auto, hallo. Ich komme mit der Polizei mit der Versicherung. Guten Tag. Das blöde Auto hier, hallo. Hei, hei. Wer sind sie überhaupt? Ich habe 500 aufgesammelt. Da liegen zwei Mr. Bean. Guten Morgen, guten Mittag. Es läuft super. Es läuft super. Ähm, Leute. Jaime, ich würde vorschlagen, dass wir uns noch mal in ein Gebäude verpissen. Komm, ja, ja. Ja, 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 ja. Wir gehen einfach mal hier hinein, komm. Wir gehen einfach mal hier hinein. Was ist das überhaupt? Ein Spielklub? Oh, bist du überhaupt 18? Ja, ja. Komm jetzt. Da sieht es aber noch nicht schön aus, Jaime. Jaime. Hallo. Komm, wir rein rein. Ah, jetzt. Komm doch. Hallo, schaffst du es doch sicher. Ich bin so unfähig, wie immer, oder? Ja. Oh, wie hässlich sieht das denn aus. Du sparsch immer vor mir. Wie hässlich sieht das denn da innen aus. Das sieht doch super aus, da innen. Vor allem das schwarze Pad, wo sie gehört. Ey, das ist ja... Da hast du noch etwas auf dem Tisch auf dem Tisch, hast du das auch? Was? Oh, den Menschen aufsammeln, oder was? Nein, da neben dem Tisch. Du hast etwas anderes angelegt, das geht ja gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Nein, da habe ich nichts. Ah, ich bin verboten. Also, hol. Schau, ich bin die ganze Zeit in diesem drohenden Gang. Du bist halt einfach auch sehr bedrohend. Oh, da ist die Tür, er ist offen. Hey, hey, hey. Ja, was ist denn das da, hey? Hey, was ist denn das da, hey? Was ist denn da? Hey, da ist alles zugemauert, schau. Oh, Jenny, was ist das? Da hat es drei Tage. Das sieht aus. Da kann ich eh drücken, schau. Hey, darf ich mal fragen, ob ich es auch gibt. Was ist das? Hallo? Ah. Es sind natürlich hier keine Autos. Warte, ich schnippe uns ins Auto, ist das? Ich drücke schnell meine Versicherung anrufen. Ja, und ich stelle mal zusammen. Jetzt kannst du ja ruhig sein, ich muss telefonieren. Ich könnte mich jetzt auch wieder so nicht entspannen. Ähm, gerne, ja, doch. Genau, ich bin klasse, danke schön. Ja, ich habe auch telefoniert und uns ein gutes Auto besorgt. Ach schon, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Keg, Keg, du Keg, du Keg, du. So, unser Fahrzeug ist hier. Ah, Jogged Shield, lass einfach eine Palze nehmen. Ja, ja. Ähm, wir müssen ins Casino gehen. Interessant. Ja, Jamie, erzähl mal. Wieso lade ich auf meinem Kanal das GTA hoch? Weil du ein Keg bist. Und du ein Keg bist. Nein, weil, äh, weil, äh, der Selleric hat, äh, etwas erreicht in GTA. Und zwar hat er, äh, sich eine schöne Spielhalle gönnt. Und hat eigentlich den Good Content. Und wegen dem, laden wir jetzt Missionen hoch. Ja. Weil, der Selleric ein Keg ist, wie gesagt. Ja mal. Ähm, Nein, es wird wohl jetzt also sein, dass, ähm, pro Video eine Vorbereitungsmission. Und unser grosses Ziel wird es sein, dass wir die Schlussmission dann zusammen vielleicht in einem Livestream, das wäre natürlich der Höhepunkt, schaffen. Es wäre natürlich ganz belastend, wie wir dann ein bisschen leviert sind und so weiter wollen, dass wir die Mission vielleicht abo. Nein. Und wenn wir damit fertig sind, dann kommt vielleicht die nächste Mission auf GTA. Dann zeigt doch mal, wie ihr das so findet. Ja, schreibt es in den Kommentaren. Ja, schreibt es in den Kommentaren. Wenn ihr etwas so geschaut habt. Ich mache schnell ein Foto. Gute Dage. Ah! Er rennt weg! Er rennt weg! Unbelievable. Das ist unbelievable. Amelie Wiedelbobel Lütsch überlebende Bau. So, ich habe es dem Nesse geschickt. Ist das schon gesehen? Jetzt ist doch der Haupteingang. Ja, wir müssen mehrere Fotos machen. Gang auf die Seite. Komm! Jamie, stand so an, dass du auch noch drauf bist. Fahr schnell deinen Panzer auf die Seite. Ja, so. Schön gut parkieren. Und dann stand vor der Haupteingang. Komm! Komm da! Fotoshooting! Stand neben unseren Kollegen. Mach Foto während dem Schlag! 3, 2, 1, let's go! Jetzt liegt er zweimal hier. Ich bin halt wirklich perfekt während dem Schlag. Aber da liegen zwei Menschen hier. Oh, jetzt ist er schon. I see it! Ich habe gesagt, I see it! Perfekt, glaube ich. I see it! I see it! I see it! I see it! Ah, wir gehen jetzt mal gamblen. Leute, spielt ihr auch GTA? Könnt ihr das auch mal in den Kommentaren schreiben? Ich hoffe nicht, wir sind alle meine Ehrge. Nein. Das sind wir natürlich nicht. Nein, wir sind einfach gewachsen. Wir sind komplett gewachsen. Wir müssen Fotos machen. Von einer Wache, von einer Tür mit Tastzelt und Sicherheitskamera. Aha. Ich mache das mit der Sicherheitskamera. Aha. Aha. Nein, mache ich schon. Lester schicken. Ah, du bist schnell gewesen. Scheiss, wurs. Ähm, mich. Und wo jetzt die Tür mit Sicherheitstermin und was noch? Tastzelt. Ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Ja, ist das drauf gewesen? Ist das drauf gewesen? Ja. Lol. Tastzelt und eine Wache. Äh. Die Wache habe ich nicht drück gemacht. Ah, mache ich einfach nochmal. Hahaha. Ey, spielen wir gerade noch eine Runde? Hm? Hört man glaube gar nicht. Hm. Komm. So. Das ist die Leid. Äh, wo hast du denn eine Wache? Äh. Ding. Ist egal. Äh. Äh. Du hattest die erforderlichen Mindestmengen des Casinos. Also es gibt noch mehr. Ich kann es zu finden. Aber du kannst auch später versuchen. Was gibt es denn noch rauszufinden? Das finden wir jetzt aus. Äh. Ja, was gibt es denn noch rauszufinden? Eingang. Äh, mir fällt nichts ein. Eingang, Ausgang oder? Lasst rausgehen oder vielleicht noch den Lift fotografieren? Ja, mach mal. Ich bin auf dem Weg und kann zufällig nicht so schnell laufen. Ist ja auch so geil, Alter. Dann werden die Dudes hier rumlaufen und einfach alles fotografieren. Hey, das funktioniert aber nicht so ganz. Hallo. Hey, wunderbar. Sie wären ein Topmodel. Oh, da wohnt einer. Okay, nein. Irgendwie. Jetzt tue ich noch den Ausgang. Habe ich gemacht. Das wird nicht. Vielleicht funktioniert es bei mir, während du rausgehst. Nö. 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 Ja, gut. Dann. Machen wir die zweite Vorbereitung auch noch in diesem Video? Ja, äh. Wir nehmen jetzt gerade mal. Ich schaue jetzt schnell wie lange wir schon aufnehmen. Wir nehmen jetzt ziemlich genau 10 Minuten auf. Eigentlich wäre es perfekt. Ja. 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 Dann nehmen wir das hier doch mal. Mhm. Es wird also sein, dass wochen wahrscheinlich zwei Videos online kommen. Das kann sehr gut sein. Irgendein Samstag, äh, Sonntag und Mittwoch. Ich weiss doch auch nicht. Irgendwie so. Einfach so, dass... Es ist jetzt ein bisschen schwach, jetzt ein Video. Ich weiss. Aber es ist jetzt auch spannend. Irgendwo muss man ja beginnen. Ja, ja. Jamie, du hast das letzte Wort vor dem Intro. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Jamie, eben wie gesagt. Jetzt kommt das Intro. Okay, ja, ja. Äh, das Outro. Sorry. Jetzt die Explosion noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen Spass. Also. Ah, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Was? Wir sind noch gar nicht fertig. Was? Wir sind noch gar nicht fertig. Nein. Nein. Wir sind noch nicht fertig. Ah. Ah. So. Scheiße. Ähm. Ja. Einfach haben wir noch mitgesagt. Ja, gut. Dann, ähm. Kurz weiter. Verarscht. Das ist ein Prank. Ja, 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 ja. Wir haben noch Obst genommen. Ja, ja, ja. Ähm. Ja. Ähm. Jetzt müssen alle lachen. Du willst so einen Einspieler. So, äh. Ähm. So, äh. Da. Mach Fotari. So, äh. 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 Anstrengungen und Existenz, aber es sollte mehr zu sehen. Wenn du schauen musst, geht es um dich. Was ist schon links oben? Wir haben alles erreicht. Wir machen noch vom Musik-Locker da vorne. Habe ich? Nein, ist nicht. Doch. Nein! Also ja dann, liebe Leute! Haja. Ich drücke Hilfe, springt drüber. Ein Speer, das geht in den beiden Autos. Ja, jetzt! Wenn wir hier ein wenig weg sind, bevor der Panzer explodiert, kann ich das vielleicht ein wenig Bumm Bumm machen, weil das so ein wenig Bumm Bumm. Wir verabscheuen uns mit einem Bumm. Hier kannst du Parkplatz verabscheuen. Parkplatz, let's go! Bumm Bumm! Ja... Uaaaah... Ja, Mann... Wie bin ich? Das... Wärs... Gesehen? Witz! Das Auto kommt in 3... Das Auto kommt ja... Das Auto kommt in 3... 2...1... Das Auto kommt in 3... Das Auto kommt ja... Das Auto kommt in 4... Das Auto kommt! Das Auto kommt in 5. Das war's für heute.